recht herzlich willkommen zur 118 folge von towns ja wir sind drinnen gucken noch mal hier bei dem händler vorbei und da sind es noch elf grüne nein es sind rote habe ich letztes mal nicht versprochen ich bin nicht farbenblind und naja noch ein bisschen dreck kommt dazu aber das ist das ziel da wissen wir schon mal wie es weitergeht ok und wir sind hier oben immer noch am bauen die sind auch kräftig am laufen und bringen da was hin das ist auch gut aber so gucken dass die dann auch nachher runter kommen ich glaube wir machen wir ja auch sonst auf holt hin am besten wahrscheinlich um flur oder dort und da mal platzieren wenn er dann da ist kommt der zweite oben drüber das wird auch gleich geschehen ich glaube das ist auch so eine prio so ein ding oder meistens kommen die schnell da guck da ist er schon so das machen wir da noch einen zweiten drauf dann kommen nämlich auch in dieser etage gut hier fehlt noch im mundraum bereich was das ist fertig ich glaube nur dieser eine stein oder wird sieht so aus naja der fehlt noch da ist das weiter es gab obwohl hier konnten sie auch runter gehen aber das ist jetzt nicht schlimm also ihr könnt auf jeden fall hier lang gehen wenn er wollte was er da jetzt oben macht weiß ich nicht jetzt geht es war eine dn gut ja schon bereiche wo wir durchziehen könnten hier wird es gehen da sollten wir dann gerade schon mal hier das auswählen und da kann man die decke dann bauen und in dem raum wird das schon gehen so ich glaube das spiel ist gerade in einer pause ja sieht so aus und da sind ein paar mehr ok so da sind sie alle tolle am essen wie man hört reifen die denn hier unten sofort an oder ja da wird schon der erste attackiert ist auch schon kaputt ok da geht es auch rund da wird geholfen ja die kommen gar nicht zum zug sondern es wird vorher jetzt gehen sie los kriegen aber gleich schon begrüßungsschläge ja ja da werden noch nicht viele durchkommen irgendwo hinlaufen das wäre ich gar nichts jetzt ja ich glaube die sind schon alle erledigt ne ah ne hier läuft noch der U2 sind so das könnte gefährlich werden die dame läuft aber frühzeitig weg und jetzt nehmen sie andere ok hat geklappt wunderbar ich glaube sie sind alle schon jetzt gestorben der andere wurde niedergeschlagen so hier kommen noch ein Stein ok da sind noch reichlich zu machen ne ist klar gut ja und sonst ist auch nicht ganz so viel grad zu tun in dem Sinne oh wir haben sieben Helden ja wow hätte ich jetzt nicht mitgerechnet wir gucken mal noch am Essen zwei Brote vierzehn Äpfel dreizehn Birnen sonst ist da ein Kuchen zwei Bananen ah Radieschenblaue sind auch da und der Hahn kräht fürchterlich ja ok dauert ja wir wollen noch ein bisschen weiter machen ne dass die Deckung zu werden da geht es noch nicht in dem Raum geht es aber schon und ich glaube da geht es genauso und hier ist auch möglich und da geht es da geht es auch da geht es nicht da geht es nicht aber hier geht es so definitiv auch da geht es nicht aber da geht es hier so da haben wir schon da geht es nicht ist aber schon genug zu machen so ist es ja nicht die Tür da ne die ist auch voll fehl am Platz ne aber hier sind schon alle Türen da ja hier oben im Gang hätten wir vielleicht auch noch ein Fenster machen können ne machen wir mal anlocken und dann gehen wir und holen da was hier ich glaube ja ne da sind die Fenster das ist wohl das ja da müsste jetzt einer kommen und das erstmal wegnehmen ne das wird schwierig das wird keiner haben das Fenster beziehungsweise den Stein wo das Fenster hin soll und da müsste ich erst wieder neu markieren dass das genommen wird ne ja ok hier geht jetzt auch schon da geht nicht da geht aber jetzt da geht auch und hier hier müsste erstmal das überbaut werden und hier unten ist keine Tür dran aber da ist auch die Treppe die nicht mitgenommen wird dann ok geht also nicht passt da geht nichts da geht auch nichts da gehts da geht nicht hier geht und da ist schon aber da geht auch noch ja da haben sie zu tun da unten ist der Stein weg das bedeutet wir können da jetzt auch da nicht noch zurück ein Fenster rein bauen und das geht da und das geht da ja diese Kräfte hier am bauen hier ne geht da hier hin dorthin der steht da dann geht das aber auch nicht nicht da können wir nichts immer so machen da können wir nichts immer so machen ja hier geht jetzt auch schon weil dieser ist da klippt der dann dran da haben wir schon da geht auch da geht auch ja da geht auch da geht nicht aber da geht jetzt da geht auch da geht auch auf jeden Fall eine ganze Ecke da kann man durchziehen da kann man durchziehen ja da ist da einer gegenüber da ist da einer gegenüber das sollte gut sein passt da geht es auch zuzubauen das können wir auch machen und da geht so Oder da nicht. Da wird doch auch ein Dauer verbessert. So nochmal und diesmal von der Seite. Geht. So, wie geht es weiter? Da hinten auf jeden Fall nicht. Hier auch nicht. Da geht es jetzt. Noch da. Da geht es. Und hier geht es. Ist da, ne? Und hier am Ende. Ist da möglich. Da ist auch schon möglich, da auch. Der kann da festgehalten werden. Ja, das geht alles bis dahin zuzubauen. Den können wir dann sogar noch. Shift-Taste nicht gedrückt. Wieder die Dingens verloren. So, bis dahin geht es auch. Gut. Das war wahrscheinlich schon Holzmangel. Da würde er runterfallen. Aber von da nach da. Sollte schon gehen. Und hier sieht es noch nicht gut aus. Hier fehlt auch noch was. Hier geht es aber von da nach da. Hier geht es aber von da nach da. Und da haben wir schon fast alles. Und da haben wir neue Leute bekommen. Zwei Immigrants oder so. Einer nur. Aber wahrscheinlich ist nicht mehr Schlafraum da. Deswegen ist hier der Oliver Senabond alleine gekommen. Er holt sich auch schon die Rüstung. Alles gut. Achso. Vielleicht noch ein Jobgroup. Machen wir noch mal einen beim Essen bei. Gut. Ja, hier geht es schon voran wieder. Da ist auch schon wieder einer im Gang drüber. Regen schon nicht mehr rein an der Stelle. Ja. Die Löcher sind schon wie beim Schweizer Käse, ne? Das geht jetzt so zu, oder? Kann nicht so zu machen. Hier geht von da nach da auf jeden Fall jetzt. Da geht noch nix. Hier fällt auch noch was in der Mitte runter, wenn aber diese Reihe geht. Hier geht auch. Da geht auch. Dann ist noch nicht das fertig. Ja. Ist nicht da. Würde der noch runterfallen? Aber der nicht. Der würde da... Ne, da wird noch nix. Da fehlt es noch. Aber hier... Kann ich... Doch. Ne, kann ich nicht. Der, da muss noch alles sein. Ja. Die Löcher werden immer weniger, ne? Decke wächst und gedeiht. Gut. Ja. Immer wieder irgendwo kommt einer und baut ihn noch zu. So. Äh... Shift-Taste eben wohl nicht gedrückt. Okay. Das geht jetzt hier. Da geht es noch nicht. Da ist auch nicht. Hier geht vor zu. Das passt. Hier ist noch ein Problem. Da... Geht auf jeden Fall jetzt hier vorne lang. Jo. Läuft. Da können wir zumachen. Passt. Da geht noch nicht. Ja. So sieht's aus. Sind wir schon einige Schritte voran wiedergekommen mit dem Dach. Aber ich würde sagen, für die Folge soll es erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.